Man macht immer wieder die Arbeit und dann denkt man sich, das nimmt dann einen wieder mit, wenn du dann wieder so Aussagen hörst. Ich will es die Stadt nicht nennen, aber wir haben ein Seminar. Also wenn ich diese Seminare mache, mache ich das in Zusammenhalt mit dem Bildungsforum gegen Antiziganismus. Die sitzen in Berlin und die werden oftmals angefragt für diese Seminare und die fragen mich dann und andere Romane aus ganz Deutschland, ob die Seminare in dieser Stadt oder dieser Stadt geben können. Wir waren in einer Stadt, haben Bora wirklich sechs, sieben Stunden dieses Antiziganismus-Seminar gehalten. Und du musst dir vorstellen, das sind Leute in der Stadt, die in verschiedenen Bereichen arbeiten. Die arbeiten im Bereich Sozialwesen, die arbeiten im Bereich Migration, sowas. In jedem Bereich der Stadt, der dort sein kann. Und die Leiterin, Bruder, wir haben das Seminar gehalten, die Leiterin, wir haben danach ein Nachgespräch mit ihr geführt und sie meinte dann einfach, sie wollte, guck mal, man hat das richtig gemerkt, guck mal, wir waren so jüngere Jungs, unser Alter, der andere Kollege war auch mein Alter und sie war halt schon ein bisschen älter. Und ich glaube, das war so ein Ego-Ding, so nach dem Motto, was wollt ihr mir überhaupt erzählen? Ihr wisst gar nicht, wie es ist, wenn wir hier mit den Leuten arbeiten, so nach dem Motto. Und die wollte das einfach droppen, die sagte, ja, aber so und so und ich benutze jetzt wirklich, ich benutze jetzt aktiv den Begriff auch. Also wenn ich, die meinte so, da ist mal so eine Zigeunersippe zu uns gekommen. Zigeunersippe hat sie gesagt, ne? So hat die das gesagt? Ja, ja, die wollte irgendwas erklären, so, die wollte uns zeigen, wie das so bei ihr ist, nach diesen sieben, acht Stunden quatschen. Da ist ja gar nichts hängen geblieben bei der. Und die sagt dann so, ja, aber bei uns war mal so eine Zigeunersippe und die haben so und so gemacht. Und der Kollege hat dann so einen, wir dachten so, Bruder, wir haben uns danach... Warum du beleidigst dir jetzt erstmal nicht? Ja, ja, wir sind durchgeblieben. Vor allen Dingen, das Kamerateam war auch dabei. Also die Doktor, oder was? Ja, und die Journalistin hat das auch mitbekommen. Wow. Was hat die gesagt? Die meinte, was ist das für eine? Die meinte so, und das sind so Leute, die... Auch noch die Chefin von denen. Ja, ja, das war die Leiterin. Und die meinte halt, und dann meinte die Journalistin auch so, so, was ist das für eine? Wie kann die sowas sagen? Und der Kollege hat dann auch so E-Mails mit der geschrieben, so nach dem Motto, wie konnten sie... Also, der hat so gesagt, so und so, wir fanden es gut, aber wieso haben sie dann im Nachgespräch so und so gesagt? Und dann hat die irgendwas geschrieben, wollte sich wieder erklären, aber so richtig so... Nicht mal entschuldigen, sondern einfach... Nee, nee, gar nicht entschuldigen, so... Voll normal, was sie gesagt hat. Boah, hart. Ich führe sie hart. Das ist halt, das ist so tief verankert, dass die wirklich daran glaubt, okay... Ja, ja, ich sag ja, wie mit dem Zigeuner-Schnitzel dann, das ist genau dasselbe, die halten so daran fest. Es gibt, äh, ja, Bruder. Die sehen einfach diese Gruppen, weißt du, was ich meine, und denken, okay, das sind die einfach. Die sehen so ein paar Leute, keine Ahnung, die arm sind oder die keine Ahnung was machen oder die irgendwie sich nicht benehmen und sagen, okay, das ist jetzt die Gruppe für mich. Bro, du siehst doch gar nicht... Hast du... Du siehst doch zwei Leute hier, die gerade das erklären, die studiert sind, was weiß ich was. Und mehrere Stunden da saßen auch noch, sagt er. Du hast dir selber das Gespräch angehört und dann bist du immer noch so? Ja. Ich sag ja, komm und beleidige diese Frau dann nicht, Alter. Hast du... Was empfindet man da, Bro? Sag ehrlich, Alter, wenn du da nicht wütend wärst... Ich würde es nicht durchdrehen, sag doch. Das ist, äh, ja, wütend auch, aber das ist so wie so ein Stich ins Herz, Bruder. Das ist halt so. Und guck mal, das will ich sagen, ähm, sehr viele Roma, sehr viele Sinti, die sagen nicht, dass sie Roma sind, ne? Oder Sinti sind hier in Deutschland. Und wieso? Einfach nur aus diesem Grund, den ich gerade erwähnt habe, weil... Dann hört man irgendwas... Irgend... So Leute... Sagen wir mal ihr als Beispiel, ne? Ihr redet irgendwas... Oder... Nicht ihr, Bruder, weil ihr macht das nicht. Irgendwelche Leute, die reden, ne? Zwei Leute reden und die benutzen ganz den Begriff so Zigeuner und du stehst nebenan, Bruder. Und sehr viele schlucken das dann einfach runter, aber das tut einem weh, Bruder. Und, äh, guck mal, ich bin Aktivist, ne? Ich bin seit 2010, 11, hab ich so meine ersten Schritte gemacht in diesen Aktivismus-Szene. Ich kann auch später mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, aber vor allen Dingen durch meinen Vater, weil er ist auch schon seit 30, 40 Jahren, also Aktivist so, also ich... Diese Panther, diese Black Panther, Bruder. Mäßig, mäßig und ich bin auch da reingerutscht und, ähm, mir als Aktivist, mir fällt das schon schwer, dann zu diesen Leuten zu gehen und zu sagen, ey, so und so, wieso redest du so? Das Wort bedeutet das und das und nenn uns nicht so. Das ist mir als Aktivist schwer. Und die Leute, die sich gar nicht damit beschäftigen, Bruder, die einfach nur ihr Leben leben wollen und vielleicht auch so undercover sind und nicht preisgeben, dass sie rumma sind, die, denen kommt das ins ein Ohr rein, das tut weh, aber die gehen dann deren Weg und wollen das nicht aufklären. Das ist ein Ohr, das ist ein Ohr, das ist ein Ohr, das ist ein Ohr.